Bist du denn kein Idioter? Du hast jetzt aber echt lange gezögert. Weil ich kein einfacher Idiot bin. Ich bin der König der Idioten. Erkennst du mich wieder? Das Wichtigste sind doch Gesichter. Du erinnerst dich doch an mich. Ja. Hey, sag mal. Soll ich dir mein Handy geben? Ja, wenn du willst. Hier fern. Die Küche kredenzt ihn, Mademoiselle. Riesenkanälen an der Maniak-Sauce. Jean-Jean! Toni, ich will ein Kind mit dir. Ja, ich will. Wer ist das? Ich lasse es. Ich kümmere mich nicht mehr um sie. Ich muss mich um sie kümmern. Ich will einfach so leben. Nicht immer so. Das nennt man Elektrokardiogramm. Und wenn es das einzeigt, ist man lebendig. Ich kenne dich überhaupt nicht richtig. Wieso soll ich so sein, wie du mich willst? Denn als du mich haben wolltest, da wolltest du mich genauso haben, wie ich bin. Okay. Bis zum nächsten Mal. Joeroo! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017